jo und da machen wir noch mal eine aufnahme noch mal ein vernünftiges spiel nachdem wir eben hier pendelmonster versucht haben ja der odin hat nicht geschafft sich hier zu pendeln ich habe nicht geschafft ihn zu pendeln keine ahnung ja ich werde die story spielen und dann kommt auch irgendwann mal mit dem pendeln lustig soo nachricht ist da optimal und dann beitreten was wollen wir denn diesmal ja hör mal die ruhig grüß heißt der story wir haben uns im haus verloren du hast du was machst du denn immer ich kann nichts am woche jetzt sagen sie alle ja und am ende kam nur scheiße aus jetzt müsste gleich da sein der blu hondo ja einladen ist da beitreten blub 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 beitreten verbindungen gegner wurde verloren was machst du nur weiß haußer sehen rang müssen so normal mehr spieler mehr spieler erstellen so ich will ein slot fertig aber wenigstens haben sie die macht mit dem privaten slot wissen dass du sagen kannst hier über die man könnte es nicht machen könnte sich nicht mal gegenseitig suchen doof das ist halt ein spiel was man wirklich ewig spielen kann ja mein akkuleer klasse wer schuld blubel schuld immer ich obwohl der rosi am ende ja eh so schuldig ist ja dann gibt gummi es hat gebumst jetzt hat geklappt na ja warte ich habe meine e-zigarette nur schnell angestöpselt starten nämlich die anderen die ich auf dem tisch stehen habe ja du bist der wo ausruhen muss morgen geht es los wam hmm ja wenn leitung intakt ok cooles zeichen so mit dem deck sag ich mal habe ich größtenteils der story alt durchgemacht und gleich sie sauf herum optimal du übernimmst ja quasi schon für mich die erste höhe höhe feuer gegen feuer heiße angelegenheit aber kann direkt angreifen ja 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 ich warte nur auf meine richtige karte also macht mich nass sagte nur muss nur eine rüche kommt dieses netz also benutze ich mal den hier weg 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 den hammer habe ich auch und also schon die karte dann benutze ich mal die hier das ist doch sowieso schon jetzt mache ich dich nass ach so du hast aktiviert das 2800 legt mich doch an der dash gut alles dort hin und dort hin und dann so alter dann bin ich gleich tot angreifen kann ich dich nicht also bin ich gleich tot naja spiel auf zeit halt bin sowieso gleich tot ziehst mir jetzt noch mal 2000 noch was ab und danach noch mal 2000 und dann ist das auch vorbei na leute seht aber eine kurze runde das wird auch ein kurzes video dann höchstens zehn minuten oder so gut drei runden also eine runde noch und danach noch mal und dann hast du mich auch mal auch 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 was hatten die überhaupt für einen effekt muss er mal gucken nur den effekt annullieren spezialbeschwörung ja jetzt noch zwei runden jetzt noch immer abziehen lassen und danach weg droht na nun mach sie ab 3.000 war doch viel zu viel Du shitest doch. Nö. 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 Wissen du? aber trotzdem kannst du wieder aktivieren so schnell ist eine runde vorbei ja wie gesagt mit dem deck also mit den karten habe ich kurz das glaube ich gemacht das kann ich verstehen 5.923 5.800 also ich doch ja ich doch punkte kriegt konzern ja leute das war mal eine kurze runde ich werde video gleich beenden und dann machen wir noch unsere